Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute sind wir auf Ommetv. Ich war lange nicht mehr auf Ommetv, ich weiß, ihr müsstet mir nicht jetzt in den Kommentaren wieder predigen. Du sagst einmal, du machst Ommetv, dann machst du es wieder nicht. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt und lasst mal auf dieses Video die 5000 Lacks knacken. Jetzt genießt das Video, genug gelabert. Stop the cab, bro. Stop the cab. Stop the cab, bro. Du darfst nicht pfeifen, ist Berkey. Ey, Beverly. Komme ich ins Video überhaupt? Ja, wenn du freist. Ich schreibe ganz laut. Das war einfach dein totes Urteil gerade. Ich komme gleich. Ey, würdest du ein Rolex kaufen? Wie viel? 50.000. 50.000, mit 50.000 kann ich 50.000 Frauen wie deine Mutter. Ich wähle die AfD. Hi. Es geht. Warte mal, ich muss mich seriöse ankleiden, Digga. Das geht so nicht weiter. Moment. Das ist meine Mutter. Bro. Bro. Jetzt fängt es an. Ey, hallo, bitte, bevor du skippst. Ey. Was? Ananas. Marsch. Du bist feist im Fortnite. Mama, deine Brille ein bisschen runter. Lern mal Deutsch. Deine RP-Videos, ich liebe. Besser als Cisco. Minecraft aufs. Viel, viel besser. Das ist Jamal. Guck mal, ihr seid alle blond. Und er ist Jamal jetzt, ne? Nein. Nein. Ich wusste genau, dass sie für eine Truppe sind. Nein. Nein. Ich habe eine Idee, Digga. Ich werde jetzt in Ome TV noch ein Soundboard benutzen. Wollt ihr meinen Rüst bewerten? Das ist es. Ich weiß doch, mein Rüst zieht immer. Sag ehrlich, 1 bis 10. 10 von 10. 10 von 10. Okay, und wie alt seid ihr so? 10. FBI, ich hoffe, du... Warum lachst du? Bin ich so hässlich? Nein, nein. 10. Hey, ihr könnt nicht direkt anfangen zu lachen. Ey, ihr könnt nicht direkt anfangen zu lachen. Aus? Wie geil, dieses Soundboot ist so geil. Hey, komm in meine WhatsApp-Kruppe. Komm in... Komm in mein Schweißfeld. Das hat sie gesagt. Boah, du sieht krass aus. Hast du gerade gesagt, der rudert sich ein. Oh, wie schlimm. Warte mal. Gerudert? Ja. Eine Minute, 37 Sekunden spät. Nein, es ist schon wieder... Moment, gib mir eine Sekunde, okay? Warte kurz. Warte kurz. Moment. Da kann irgendwas kommen jetzt. Gib mir kurz eine Sekunde, okay? Jetzt kommt der ultimative Riss. Nein. Jetzt kommt der ultimative Riss. Eine Frage, wie alt bist du? 18. Wie alt bin ich? Du bist... Du bist 16... Was? What about... Ding Ding? Häh, Berkuli? Bist du von Argentinien? Nein, ich bin Russe. Bro. Hä? Yo, ey, kannst du mir auch ein Foto machen von dir? Ey, ich hab gerade dein Video noch gesehen. Awww. Ey, wirklich, du bist ein Ehre, Mann, ja. Danke, Bro. Deine Lie... Ich liebe deine Videos. Ey, kannst... Kannst mich auf Insta folgen? Awww. Okay. Ich will mit dir... Ich will mit dir schreiben. Okay, komm, ich folg dir auf Insta. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja. Machst du gerade... Machst du gerade Videos? Äh, nein, Bro. Nein, nein. Natürlich... Natürlich mache ich Videos. Ach so. Hahahaha. 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 Ich küsse dein Herz. Ciao, ne? Ciao, ciao. Ey, was ein süßer das war, ja? Ey, warte mal, warte mal. Ich kenn dich. Ich kenn dich. Was machst du nochmal für Videos? Boah, wie cool der ist, Alter. Er sagt, er kennt mich, aber er weiß nicht, was für Videos macht. Wow, du bist schon breit, ey. Danke. Warte mal, ist das ein... Eine E-Shisha? Ja. Eine... E-Shisha. Hahahaha. 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 Ey, du hast ne voll... Du hast voll die geile Spitze im Hintergrund. Dreh dich mal um. Ich schwöre, ich skipp dich nicht, aber dreh dich mal kurz um. Du musst dich auf was vorbereiten. Okay. Okay, dreh dich wieder um. Warum guckst du so? Hahahaha. 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 Ah, warte. Du machst halt dich. Hahahaha. 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 Hey, eine Frage. Oh, cheers. Can you rate a German wrist? Yeah. Hahahaha. Dreh mich wie es ist. Hahahaha. 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 Drämmh. Hahahaha. Hahahaha. Der Frust zitt immer. Tak. Ja, selber, der Chieft, ja, normal. PERKULI! Ich mach TANGENDS! Was machst du? TANGENDS! TANGENDS! Dream me like YG Don't get me dirty Hey! Youtube Bro! Youtube Jungs! Youtube Bro! Youtube Jungs! Haben die mich ge****t Alter um 22 Uhr 23 Uhr Dream me like YG Boah, du siehst aus wie so'n Mafia-Gott Wie alt bist du? So jung Der Schrank dahinten sieht aus wie dieser von diesen Riss von diesen Asiaten Von diesen Riss meinst du? Oh, schicke Brüder Ach 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 Nein man Berkuli labern wir nicht Können wir nicht über die politische Lage von der Welt gerade reden? Ey Hallo? Ja? Ich frag grad Frauen ne Für ein Video ob ich sie nach nem Sound bewerten darf Guck mal zum Beispiel bei mir Bei mir kommt sowas Guck jetzt Ja? Machst du das auf TikTok oder auf TikTok? Beides beides Kannst du deinen Namen erstmal Ja Berkuli Du siehst schon aus wie soo Oh my god bro Hell now man Und wenn du fuck man Wie ein grad ist das hier? Get your ass on by Berkuli Ey bitte Oh mein gawd Ey Ey Bro das ist ja nicht Das ist ein Fake Bro das ist ein Fake Nein ich hab doch Berkuli Wie war dein Tag? Mein Tag war echt? Was? Ich würde auch gerne... Ey, 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 ey! Ey, ich kette nicht! Du wirst auch gerne von TikTok! Komm von der Tür aus wie so ein Bastard! Mord, das ist beleidigt! Ich hab mein Gott gesagt zu deiner Mutter! Ich will dir auf D. Hä? Ich will dir auf D. Nein! Begoli! Begoli! Warte, wolltest du ein Foto machen? Ich hab ein Foto gemacht. Ey! What's your name? Shut the fuck up, Bro! Shut the fuck up, Bro! Shut the fuck up, Bro! Boah, das war grad ein mieser Wrist, den du gemacht hast. Wollen wir zusammen... Mit seiner Brille? Ja, gern. Okay, komm, warte. 3, 2, 1, go! Ah, shit!